Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah wa rahalihi wa sahbihi al-ma'in. Liebe Schwestern im Islam, wir haben heute den 25.05.2013 ein historischer Tag. Das erste Mal, wo zwei deutsche Mannschaften im Champions League Finale gegeneinander spielen. Und zwar Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen witzig, weil ihr wisst jetzt hier in Ägypten, ich bin jetzt gerade in Kairo, die Leute sind hier richtig fußballbegeistert, ja, und die sind alle Messi-Fans. Und man sieht hier immer Kinder mit dem Messi-Trikot rumlaufen, mit dem Ronaldo-Trikot, und EA Madrid und FC Barcelona sind hier voll die Helden. Ja, und auch bei meinem Sohn in der Schule, der ist jetzt in der dritten Klasse, der kommt jetzt in die vierte Klasse, da ist das halt so in der Schule, die sind halt in jeder Fünf-Minuten-Pause, sind die über Fußball am reden. Real Madrid, FC Barcelona, ja, Real Madrid, FC Barcelona. Und jetzt, wo Bayern München und FC Borussia Dortmund gewonnen haben, ist das natürlich so, jetzt ist mein Sohn der einzige, zwei Deutsche in der Klasse, der ist natürlich jetzt der King dort, ja. Bayern München hat gewonnen, finde ich schon irgendwie sehr am Land, auf jeden Fall. Ähm, ja, und an dieser Stelle wollte ich auch mal kurz was sagen, was die Ägypter so über die Deutschen denken, weil es wirkt immer so von verschiedenen Internetseiten, wie zum Beispiel P.I. Lies, ja, die P.I. Lügen, da wird dann immer so getan, wie, äh, als wenn die Leute in den muslimischen Ländern die Europäer so sehr verachten, das ist also völliger Quatsch. Und ich muss sagen, die Deutschen sind hier in Ägypten mit ab, die mit Abstand beliebtesten Europäer und haben den mit Abstand besten Ruf, meiner Meinung nach, ja. Das nur mal nebenbei. So, jetzt gab es heute, morgen, ist in die Zeitung schon voll, beziehungsweise Internetwarnungen, Terrorwarnungen, Terrorwarnungen, Terrorwarnungen. Man ging, äh, es geht wohl um Anschlagspläne auf Fußballfans in Deutschland, auf Fanleiter, so. Das war heute Morgen die Nachricht, schon um 8, 9 Uhr, so, um 10.35 Uhr dann, auf Augsburger Allgemeine, Ministerium, keine Terrorwarnung für Public Viewing in Menschen, so. Hier steht da, Ministerium und Polizei haben einen Bericht zurückgewiesen, wonach vor dem Champions League Finale konkrete Hinweise auf Terrorpläne gegen Fußballfans in Deutschland vorliegen. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich betonte am Samstag, er habe keine konkreten Erkenntnisse über Anschlagspläne auf Fanleiter. Das ist so, dass, was Fokus erzählt hat, das ist wohl ein Anschlagspläne. Und mehrere Zeitungen, da sieht man wieder, wie man hier in Deutschland für blöd verkauft wird. Deutschland steht seit längerem im Fadenkreuz des internationalen Tourismus, es gibt derzeit keine Hinweise auf Anschlagspläne oder Anschlagsziele in Deutschland, sagte Friedrich am Samstag nach Angegaben seines Ministeriums. Man sieht also wieder, dass hier die Leute geschockt werden sollen, und Ängste geschürt werden sollen, so. Polizei, keine Gefährdungshinweise in Bayern. Im Friedrich trementieren auch mehrere Landes, von dem Bericht unter anderem ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums. Es gibt keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr, nicht in Deutschland und schon gar nicht in Bayern. Auch ein Sprecher der Polizei in München teilte auf Nachfrage von Augsburger Allgemeine.de mit, in Bayern gäbe es bis hin keine konkreten Gefährdungshinweise. Spiegel Online. So, jetzt, guck mal hier, ich finde das so cool, da sieht man wieder, wer hier die Unruhestifter sind. Spiegel Online. Fan meinen im Visier von Islamisten. Das Nachrichtenportal Spiegel Online, also Augsburger Allgemeine schreibt jetzt über Spiegel Online. Das Nachrichtenportal Spiegel Online hat am Samstagmorgen berichtet, das Bundeskriminalamt habe Hinweise auf Anschlagspläne gegen Fußballfans in Deutschland. Islamisten hätten die Fanmeilen zur Übertragung des Champions League Finales am Samstagabend ins Visier genommen. Das habe BKH-Chef Jörg Zierke, den Innenminister von Bund und Ländern, in einer vertraulichen Sitzung am Freitag berichtet. Zierke habe dem Bericht zufolge über den Innenministern von einem ernstzunehmenden Hinweis gesprochen, hieß es. Ähnliche Hinweise hätten sich in der Vergangenheit allerdings als falsche herausgestellt. Also, das heißt hier, die Spiegel Online erzählen dieses und der Bundesinnenminister erzählt jenes. SWR Terrorwarnung kam aus Russland. Medien wollen inzwischen auch den Ursprung der Meldung kennen. Laut SWR verhalten sich um eine allgemeine Warnung aus Russland. Aha, ja klar, wenn die Russen das sagen, dann muss das ja wahr sein. Zehntausende Fußballfans zum Public Viewing in München erwartet. Nach dem Mordanschlag auf einen britischen Soldaten mit wohl islamistischem Hintergrund gilt die Sicherheitslage vor dem Champions League Finale in London als angespannt. Dort treffen am Samstagabend Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander. In deutschen Städten sind Fählenmeilen zum Public Viewing aufgebaut worden. In München werden rund 45.000 Fans das Finale in der Allianz Arena erleben. Der FC Bayern hat die Eintrittskarten verschränkt. Das Spiel gegen den BVB wird auf etwa und so weiter und so fort. Das ist auch okay, um darauf zurückzukommen. Es gab also eine Terrormeldung und die wird hier dementiert. Das heißt, man sieht hier wieder, dass Ängste beschürt werden sollen. Aber, falls es Leute geben sollte in Deutschland, die so etwas vorhaben, kann ich Ihnen nur eins sagen. Aber, wir haben schon, und das sage ich nicht, um mich selber zu schützen, wir haben schon dutzende Vorträge gemacht, wo wir über die negativen Auswirkungen von so einer Tat geredet haben. Und ich kann denjenigen Muslimen, die glauben, dass so etwas dem Islam helfen würde, nur sagen, Glaubt mir, ihr liegt gewaltig falsch. Wenn ihr denkt, ihr könntet mit einem Terroranschlag auf einer Fellmeine, falls es wirklich Leute gibt, die diese Gedanken haben sollten, könntet ihr den Muslimen helfen, dann habt ihr euch schwer geirrt. Ihr werdet damit keinem einzigen Muslim im Irak helfen, und keinem einzigen Muslim in Afghanistan, und keinem einzigen Muslim in Palästina, und keinem einzigen Muslim in Burma, und keinem einzigen Muslim in Tschetschenien, und keinem einzigen Muslim in Syrien. Ihr werdet damit nur Schaden verursachen, für die Muslime, die in Europa leben, und nichts erreichen. Punkt. Ende aus. Und das sollte jeden zum Nachdenken bringen. Solche Taten schaden uns nur. Wir sind auf einer Dawa-Schlachtfeld, wo wir den Islam beibringen wollen, wo wir den Islam vermitteln wollen, wo wir zum Islam stehen wollen, und zwar ohne Wenn und Aber. Aber dazu gehört auch, dass wir Taten, die mit dem Islam nie vereinbar sind. Das heißt, gezielte Anschläge, solche Anschläge, wie zum Beispiel Fanmeilen, falls jemand so etwas vorhaben sollte, das sollte uns verurteilen. Aber wir ganz klar davon überzeugt sind, dass das dem Koran und der Sunna des Propheten Mohammed a.s.w. klar und deutlich widerspricht. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil ich glaube, wer nach allen Vorträgen, die er von mir gehört hat, immer noch denkt, dass das eine Tat wäre, die mit dem Islam vereinbar sei. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn mit vielen Worten überzeugen kann. Aber ich sage es ihm nochmal. Falls es jemanden gibt, der so etwas vorhat, du wirst nur Schaden für dich und deine Brüder erzeugen. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Taten sind falsch und diese Taten sind kontraproduktiv. Das sind meine Worte. Alles, was richtig war, war von Allah und alles, was falsch war, war von mir, einer eigenen Seele und von Schatan. Subhanakallahumma und behamdikishad und la ilahe iland. Astaghfirullah.